Heinz Ruppenstein ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler und Trainer. Als Spieler des Karlsruher SC gewann er den DFB-Pokal 1956. Karriere Im Sommer 1955 wechselte Heinz Ruppenstein als 2-5-Jähriger aus der 1. Amateurliga Nordbayern vom VfB Coburg zum Karlsruher SC in die Oberliga Süd. Im Einweihungsspiel des Wildparkstadions gegen Rot-Weiß-Essen stand er ab der 70. Minute erstmals für die Badener auf dem Platz. Ruppenstein, der seit seiner Kindheit den Spitznamen Pille trug, avancierte sofort zum Stammspieler. Zumeist kam er als rechter Läufer oder halbrechts zum Einsatz. Da auch noch Bernhard Termatt von Rot-Weiß-Essen in den Wildpark gewechselt war, spielte das Team um den Mittelfelddirigenten Kurt Sommerlatt eine sehr erfolgreiche Runde. Zuerst wurde der Titel im Süden nach Baden geholt. Danach qualifizierte man sich durch die entrunden Spiele für das Finale um die deutsche Meisterschaft gegen Borussia Dortmund, das aber mit 2 zu 4 Toren verloren wurde. Im August triumphierte aber der KSC im Pokalendspiel gegen den Hamburger SV mit 3 zu 1 Toren. In den Jahren 1958 und 1960 war der Dauerrenner mit Kämpferherz auch im Mittelfeld des KSC bei den weiteren Erfolgen in der Oberliga Süd erfolgreich am Ball. In dieser Phase war er einer der besten süddeutschen Außenläufer. International berief ihn Bundestrainer Sepp Herberger 1958 im Spiel der B-Nationalmannschaft am 22. Oktober gegen Österreich in das DFB-Team. Sein Außenläufer-Kollege auf der linken Seite war der Herner Helmut Beenthaus. 1960 verlor er mit dem KSC das Pokalendspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Horst Zülmanjak konnte den dynamischen Albert Brüls auf Gladbacher Seite nicht neutralisieren. Im Jahr darauf scheiterte der KSC mit Ruppenstein im Halbfinale an dem späteren Pokalsieger Werder Bremen nach einer 2 zu 3 Niederlage nach. Verlängerung Nach dem Abschied von Trainer Eduard Frühwirt kam Kurt Sommerlad 1962 in den Wildpark zurück. Jetzt aber nicht mehr als Mitspieler von Pille im Mittelfeld, sondern als Trainer. Nach der Saison 1962-63 hatte Ruppenstein 209 Oberligaspiele mit 29 Toren für den KSC zu Buche stehen. Als Senior ging er noch mit in die erste Runde der Bundesliga 1963-64 still. Dort konnte er aber nur noch sechsmal die Farben des KSC vertreten und beendete 1964 seine Spielerlaufbahn. Nachdem er Mitte der 1960er Jahre bei seinem Ex-Klub als Trainerassistent für Werner Roth fungierte, zog es ihn als Cheftrainer zum ASV Landau. In der Saison 1968-69 still führte er Landau als Meister der 1. Amateurliga Südwest in die dortige Regionalliga. Von 1969-70 still bis 1973-74 still ab der Runde 1974-75 still gab es als Unterbau der Bundesliga die zweigeteilte 2. Liga trainierte er Landau durchgehend in der Regionalliga Südwest. Von Beginn seiner Trainertätigkeit begleitete in Landau der Ex-KSC-Spieler Werner Hösle Ruppensteins Arbeit als Abwehrchef. Der Ex-Lauterator-Hüter Wolfgang Schnack kam 1972 und Horst Wild vom KSC während der Saison 1973-74 still zur Mannschaft von Ruppenstein. Zur Aufnahme in die neue 2. Liga reichte der 9. Platz am Ende der Runde aber nicht. Ausklang Der in Karlsruhe sisshaft gewordene Franke Er war über viele Jahre bei der Karlsruhe Lebensversicherung angestellt. Zog sich später vom großen Fußball zurück und widmete sich vermehrt seiner Familie, dem Tennis und dem Radfahren. Sein Sohn Ralf setzte im Amateurbereich die Familientradition im Fußball fort.